Hallo und herzlich Willkommen zu Minecraft Bedrohls zusammen mit dem Kinnzipfel. Hi. Hat nur 5 Jahre gedauert. Hallo, geh mal weg du komischer Mensch. Ja, es gibt komische Menschen überall. Endlich habe ich wieder Internet. Ja komm, ich lasse dich mal zuerst sammeln und dann, was willst du denn machen? Willst du basteln? Willst du bauen? Willst du ein Klötzchen setzen? Ich wollte mal wieder aufnehmen und reden. Aufnehmen und reden. Dafür bietet sich Bad Wars aber jetzt nicht an. Ja doch, generell mit irgendwie mal was zu tun hat. Also zwei Tage kein Internet haben, das war schon heftig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, was der da jetzt macht, aber ich gucke mal. Der baut, der baut, der baut. Geht der zu den Eisengern? Ja, das hat gerade kurz gerugelt bei mir. Ich habe Angst gekriegt. Ich glaube nämlich gleich die Eisenblöcke, wenn er die hat. Oh, bist du gemein? Wir sind nur drei Leute im Thema. Okay, dann brauche ich nämlich als erstes, weil ich wichtiger bin. So, ihr baut und ich besorge mir schon mal eine Waffe. Ich bin runtergefallen. Ich mache einen auf. Was? Hör auf. Ich labere mich nicht voll. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen, Kind. Nein, bist du nicht. Selbst Mount Park heute. Du bist ein Honk, Alter. Ja, weil der hässliche Mensch da rüber gesprungen ist und meine Aufnahme zerstört. Was? Welcher hässliche Mensch? Sag mal, warum greifst du alles ab? Du bist gestorben. Du kriegst nichts mehr. Lass die Schokolade liegen. Lass die Schokolade liegen. Meine Schokolade. Meine Schokolade. So, 63 Materialien. Da kriege ich gar nichts für. Da kriege ich nicht einen Bogen für. Ich brauche 150, verdammt. Ja. Ja, komm, baue ich halt mit, ey. Ihr seid ja so undankbar. Ich habe nur 40, Mann. Mano, Mano, Mano. Naja, komm. Egal. Scheiß auf die Waffen. Ich baue mich erstmal zum Eisen rüber. Ja, komm. Macht das. Wir brauchen ganz viel. Sollten wir die auch die Mitte dann langsam holen? Habe ich gehört. Ich weiß nicht. Ja, können wir machen. Müssen wir nicht. Können wir aber. Ich weiß gar nicht, wo muss ich hin. Oh, ja. Hast du noch Geld dabei? 50 habe ich. Aber ich baue mich erstmal zum Eisen. Du Arsch. Gesicht. Er hat es schon wieder gemacht. Dieser Böner. Du Arsch. Ich geh nicht. Komm her. Das ist mir scheißegal. Ob du mein Typ bist oder nicht. Was? Du kannst mich sogar nicht hauen. Nein, kann ich nicht. Alter. Wieso kann ich dich nicht hauen? Scheiß PVP-Mode. Mach den PVP-Mode an. Guck mal, was ich habe. Nee, hör auf. Jetzt stellt er mich auch noch bloß. Vielleicht lange als 200 Eisen oder so. Ja. Sag mal, hat der andere jetzt auch einen? Hä? Ich habe keine Ahnung, was der hat. Wer ist da? Wieso ist da auf einmal noch einer im Weihnachtsmann? Nee, ist gar kein Weihnachtsmannkostüm. Der hat rote Mütze auf. Du Penner, hast mir mein Eisen geklaut. Das halte ich jetzt aber für ein Gerücht. Du Arschgesicht. Du kleines Arschgelicht. Ich habe für das Team gesammelt. Ey, wenn ich mehr Zeit hätte, ich würde direkt noch eine Runde Syndicate Wars hinten ranhängen. Und ich würde dir so den... Syndicate Wars? Syndicate Wars sag ich schon. Syndicate Games. Woher... Was ist das mit Syndicate Wars? Das war mal ein Spiel, glaube ich. Meine ich. Das war... Hier, ich weiß nicht. Kennst du Syndicate noch? Nee, kann sein. Hast du Essen? Gab es mal für ein Amiga, glaube ich sogar. Und für die alten PCs, ey. Retro. Hast du Essen genug? Nee, ich habe nur Steine. Okay. Das wird mein Eisen geklaut. Nein, nein. Du bist schon... Die Welt ist gemein, Mann. Paco macht heute Selbstmord. Sui Paco. Sui Paco. Ey, blau und gelb machen sich schon hier fett, oder was? Wir haben ein richtiges Problem. Jetzt mal ein bisschen ordentlich spielen hier. Ach, ich glaube, die Runde können wir leicht vergessen. Ey, Mann, ich bin die ganze Zeit hier dabei. Und ich habe nur 107 fucking Punkte. Der Materialien, 113. Immer ist irgendjemand da, der was wegschnappt. Und nichts macht. Ich habe Leck des Todes. Und natürlich ist hier auch das Eisen wieder weg, weil da gerade wieder jemand war. Nee, doch nicht. Ich bleibe jetzt hier stehen. Das ist mir scheißegal. Ich habe nur 114, ey. Mäh. Ja, gut. Du hast aber schon Bokel. Gähl, ich habe keinen Bogen mehr. Ja, ach ja. Er ist ja runtergefallen. Aber du hast mich runterschubst. Ja, 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 ja. Das Problem ist... Warum ist hier... Weil ich erst mal dem, was ich klauen muss. Äh, brauche ich noch eine Person. Ich brauche noch 50. Wir müssen echt aufpassen. Ich glaube, wir würden... Ich würde sagen, wir spielen eher auf Verteidigung. Ja, müssen wir jetzt auch. Wir haben gar keine andere Wahl. Weil, wenn die Hoshis herkommen, sind wir richtig... Aber die Hoshis werden immer mehr als wir haben, weil sie die Mitte haben. Das ist egal, wie gut wir verteidigen. Das ist ja egal. Aber wenn wir Rüstung haben und vollen Bogen, wir können unsere Insel verteidigen. Die anderen haben viel schneller Rüstung und Bogen. Ja. Und Tränke. Das ist eine Lüge. Gibt hier auch Tränke. Ja, ich weiß, das ist das Gute, ne? Ja, und das Gute daran ist das Gute der Ring. Das weiß doch jeder. In den Fläschchen, ja. Das ist guter Stoff, Alter. Kann ich da hochspringen? Was ist denn da oben, ey? Schneller, ich brauche mehr Geld. Ach, echt? Ich auch, Mann. Nur, dass du mich runtergeschubst hast, ey. Alles hat er mir geklaut. Alles. Wir haben nichts mehr. Außer 207 Materialien. Ich kann mir einen Bogen und einen Pfeil kaufen. Aber nur mit Unendlichkeit, ey. Die hängen da drüben alle auf der Insel. Auf der Mitte, oder was? Ne, ne, bei mir gegenüber. Wie, bei dir gegenüber? Wo bist du denn? Hier hinten war unser Eisen in Solo. Hast du einen Bogen? Ja. Aber nur einen Einfachen. Kannst du mal alle wegsnipern. Hast du ein Essen bei für mich? Ne, ich hab gar nichts. Okay. Ich hab kein Geld mehr, Mann. Na gut, ich hörte mir ein bisschen was kaufen können. Wo? Oh, ach, ich hab da was gesehen, glaub ich. Hab ich da was gesehen? Ja, da. Der Ausgang. Aber unser Weg hier ist auch nicht gerade sicher. Sonst wäre ich da nicht runtergeschubst. Ich war keine Schuld. Wo ist er denn? Jetzt ist er da hinten. Aber ich treffe ihn ja so nicht. Er steht da ja irgendwo dahinter. Erstmal Essen holen. Essen, 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 Essen. Was bringt mir das überhaupt, wenn ich sie hier treffen würde? Du kannst sie töten, dann haben sie keine Items mehr. Warte mal. Oh, manche hat das gar nicht. Ich würde sagen, wir machen wir auch bald demnächst mal einen kurzen One in die Mitte, oder? Und schmierdern wir weg. Ich weiß nicht. Machen wir jetzt. Ja, genau. Jetzt, wo wir nichts haben. Scheiß drauf. Obwohl doch eigentlich ist perfekt, wenn wir nichts haben. Wir nehmen was mit und bauen uns wieder zurück. Ich brauche mir eine kleine Spitzhacke, eine billige. Ich baue mich einfach so dran hier. Was denn? Die teuerste? Ich glaube 450. Ja, dann hole ich mir den gleich. 300 die Rüstung. Oh, ne. Nein, zwei Deck. Du weißt, ob das ist optimal. Ja, nein, so. Ja. Oh, ich habe so wenig Steine. Ja, natürlich. Ich habe, ich habe geheult wie ein Schlossbund. Weißt du, was das Problem war? Sonntag, ja, ich war ja Samstag mal unterwegs. Bis 4.30 Uhr. 4.30 Uhr, so lange noch? Also, Sonntag war ich dann 4.30 Uhr nach, na, wir waren noch was trinken und so. Weil ich Sonntag 4.30 Uhr zu Hause und nicht. Okay, weiß nicht, umsatz ist egal. Ja. Und dann bin ich um 9.30 Uhr wieder aufgestanden. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Du hast kein PC hier, hast eh kein Internet. Was machst du dann, na? Also lag ich dann bis 7.30 Uhr im Bett. Bin dann in meine alte Wohnung zurück. Oh, nicht. Auch nicht schlecht. Schaffst du? Ja, was sollst du machen? Aber war mal richtig chillig, muss ich sagen. Ich war schon ewig nicht so aufgestanden. Fuck, was hat denn der für einen fickten Bogen? Na, wahrscheinlich den stärksten, die waren die ganze Zeit. Ja, Mann. Hat er auch. Äh, baue eine Mauer. Ja, nee, bräuchte ich nicht. Ich laufe einfach zurück. Ich kann nichts fressen. Ich bin schon satt. Ja, ich habe keine Blöcke mehr. Baue eine Mauer, bitte, bitte, bitte. Alter, ich bin tot. Der hat mich direkt gehetshottet. Oh, Mann, der Bogen ist weg. Verdammt. Ähm. Ja, scheiße. Gelb ist ausgeschieden? Ja. Die haben doch gerade gerockt. Wer ist denn jetzt noch da? Blau oder wie oder wo? Ich glaube... Nee, Blau ist vorne kaputt gegangen. Warte mal, das steht hier auch rechts. Blau hat jedenfalls kein Bett mehr. Gelb ist raus, aber die haben noch vorne. Gerockt. Ja, grün und rot. Ja, rot sind wir. Hm. Ja, wenigstens Platz zwei, ja. Oder grün hat sich auch ausgehalten. Man weiß es ja nicht. Wahrscheinlich haben die das, oder? Ey, ich baue mich jetzt in die Mitte. Ich brauche Materialien, nee. Ich hoffe einfach, dass da keiner ist. Wasch einfach durch und wenn die kommt, fratsch nur die weg. Du musst einfach nur durchrennen und sofort wieder zurück. Ja, ich weiß. Ohne zu sterben, wenn es geht. Ja, ich weiß. Das wäre sehr hilfreich. Ich glaube, da ist keiner. Ich nicht. Nee. Trauen sich alle nicht in die Mitte. Ja, aber da hat doch gerade einer geschossen. Ja, das ist, ich glaube, das war Team Gelb. Der ist jetzt tot. Ich habe auch gerade, na gut, ich habe 81. Mal gucken. Ey. Er ist wirklich nicht mehr hier, ne? Er ist wirklich nicht mehr hier. Ja, doch, ich höre einen scheißverdammten Pfeil. Fuck, fuck, fuck. Ich habe gar nichts. Nur 321 Materialien, verdammte Scheiße, Mann. Wo bist du denn? Nein, 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 nein. Denn jetzt habe ich dir in das Gold geklaut. 150 Materialien. Der ist gerade von vorne gekommen und ich war komplett unbewaffnet. Wenn ich die mal sehen würde, wäre das schon mal sehr frisch. Na wie, reicht nicht, fuck. Ich brauche noch 25 Materialien. Pass mal an die Mitte bitte auf, ich brauche mehr Eisen. Ja, ich auch. Der andere muss in der Mitte aufpassen. Was muss mit denen? Zocken die immer noch tecken? Hey, du wolltest schon, dass du jetzt in der Facecam bist. Ach shit. Ach shit, sagt sie. Ich weiß sowieso, wie sie aussieht. Ja, ja, aber der Rest der Welt vielleicht nicht. Ah doch, ja, klar, wir haben Squirbeln ausgespielt. Hast du geguckt? Du hast uns ja weiß. Wie findest du das Spiel? Ja, sonst wüsste ich nicht, wie deine Freundin aussieht. Ja, stimmt. Ich sehe da hinten einen Baum, aber ich sehe keine Person. Wie findest du Squirbeln aus? Das ist ein geiles Spiel, oder nicht? Ja, ich hab nicht hier geguckt, weil ich leider los musste, aber... Ach, das trifft mich hier. Hier trifft mich das. Fähig nicht. Nein, ich guck mal, ich wollte die Tage eh reingucken. Oh, ich hab vergessen, den Flugmodus anzumachen. Mein Handy hat vibriert. Flugmodus? So Cheek, oder? Ah, fuck. Die haben das Dicht... Nein, nein, warum machen die sowas? Bist du tot? Nein, die haben alles dicht gebaut. Die haben uns ausgesperrt, die Säcke. Hast du keine Pilge-Axt? Nein, ich hab gar nichts. Ich hab nur einen Bogen. Nimm die Pig-Axt, du hackst so viel, mach kaputt, dass ich auch... Ja, aber ich brauch nur noch Steine. Kann ich dir auch geben. Ja, gib mir Steine. Hinter dir. Ich hab nur einen Standardbogen, die werden mich wieder so auseinandernehmen. Zwölf Sandsteinen reichen nicht. Da ist übrigens jemand. Na hier, noch mehr. Ich hab grad gesehen. Wie viel brauchst du denn? Weiß ich nicht. Reicht, 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 reicht. Hinter dir liegen noch Hunderte. Hast du Essen? Nee, stimmt. Guter Einwand. Ich brauch Essen. Ich kauf mir selbst was. Hier, ich hab... Na gut, ich kauf mir noch einen Goldapfel. Da frisst alles. Kann ich mir einen Goldapfel leisten? Ja, sehr schön. Er hat Schweinefleisch gekotzt. Er ist der Schweinefleischkotzer. Meinefleischkotzer. Okay, alles da. Wenn du nicht Moslem bist, ist okay. Ähm, hier steht einer. Oh fuck. Hier steht ein Grüner. Was, wo? Hier steht ein Grüner. Wo? In dem Eisendingen, links, links, links. Oh, ist der tot. Der stand hier. Er tot oder du tot? Er tot, alles da. Die kommen über die Brücke, die kommen über die Brücke. Komm her. Okay, wir haben verloren. Ich kann dir nur mit Händen hauen. Okay, das war's. Sie werden zu schnell. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Nee, ich versteck mich hier. Der Schweine. Die sind abgelenkt von dir. Nein, du blöder HD. Firefly, bla, Luke HD. Ich hau dich mit meinen Händen zu. Brei, du Fatzen. Entschuldigung. Ich hab mich verleiten lassen. Okay, ich spring lieber hin zu. Ja, das war's wohl, glaub ich, ne? Für mich war's das auf jeden Fall. Aber wir haben wieder zu viel rumgelabert. Und dann zu viel Scheiße gebaut. Wie immer. Wie immer. Okay, ich bin tot. Ich spring zu dir. Ach, du bist ja tot. Bin ich jetzt im Flugmodus auf dem Bett? Nee. Aber hier können wir sowieso fliegen. Ich bedanke mich erstmal an Kinsey. Bitte Shane. Bitte Shane. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Von irgendwas. Morgen kommt nix. Nur morgen kommt wieder Creative Wars. Oh ja, stimmt. Oh, ich freu mich. Wenn ihr die Folge seht, dann könnt ihr im Vortag gucken. Dann seht ihr, wie wohl davon uns abzocken will. Ja. Na ja, bis dahin. Viel Spaß und ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.